Heute sprechen wir in der neuesten Folge natürlich über News von unserer Fortuna, die im Wintertransfers, Funkels Vertrag hin und her, der wichtige Sieg gegen den FC Augsburg und über ein Goldsteak. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Megafon 95, euer Fortuna Düsseldorf Fancast. So, wir sind wieder dabei nach unserer kleinen Winterpause, wenn man so möchte. Ich bin der Mo, der Wampendribbler auf Twitter und natürlich ist mit mir auch wieder dabei der Micha, der Edschewenski8. Aloha ihr Hübschen, wie hast du denn unsere ca. 3 Wochen Winterpause genutzt? Gar nicht. Ja, also ich habe die Weihnachtswoche oder das zwischen Weihnachten und Silvester freigehabt, aber sonst normal. Eigentlich nichts Neues, sage ich mal. Nichts Neues ist immer gut, denn alles muss und nichts kann. Und genauso, das ist unser Social Media Thema. Natürlich haben wir die Megafon95 Facebook-Gruppe. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes da lasst. Die hilft uns super sehr. Natürlich diesen anderen Social Media-Links findet ihr in der Beschreibung. Würden wir uns super freuen, wenn ihr uns teilt und liked. So kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Fortuna-News. Es gibt die neue F95-Hilfe-Telefon bei Heim- und Aussichtspielen als Anlaufstelle. Frauen, falls irgendwas passiert ist. Wenn Frauen sich irgendwie belästigt fühlen oder ähnliches, kann man sich da melden. Die sind immer vor Ort. Und dachte mir, das wäre cool, das mal zu erwähnen. Und John Zimmer hat das Tor des Monats Dezember gemacht. Boom! Ja, mit seinem Tor gegen Dortmund. Ja, mein persönliches Fortuna-Tor des Jahres von den 10 Auswahlmöglichkeiten, die es gab, ist eigentlich das Tor von Gieselmann gegen Nürnberg. Als er aus gefühlt 35 Metern dem Ball einfach einen Winkel schlenzt. Was für mich persönlich nochmal ein Stück schöner war als das Tor von John Zimmer. Aber natürlich hat das Tor von John Zimmer einen größeren emotionalen Wert. Aber ich wollte halt nur nochmal das Tor von Nico Gieselmann gegen Nürnberg als mein Fortuna-Tor 2018 krönen. Können wir jetzt mal so ein bisschen ins Ziefere-Thema. Fortuna hat ein paar Abgänge zu verzeichnen. Natürlich haben wir auch zwei Zugänge. Gehen wir erstmal über die Abgänge sprechen. Es wurde Harvard Nielsen ausgeliehen an den MSV Duisburg. Da kann man von halten, was man will. Angeblich war das ein Kontakt von Lutz Fannstiel, der endlich Nielsen-Mann, äh, Nielsen-Mann, Nielsen, ähm, uns von der Gehaltsliste kriegt hat. Wir haben da immer noch Kujovic drauf. Den wird man irgendwie nicht los. Und Mohaya Oktaj, ähm, ja, unser 19-jähriges Mittelfeld-Talent, wechselt zu Besiktasch, Istanbul. Micha, war das klug von Fortuna? Den abzugeben, weil ich hab vom Jens, ich hab den gefragt, als ich das gelesen hab, die meinte, nee, der hat wirklich Talent und der ist wirklich gut. Aber er sieht für sich halt, äh, keine Chance bei Fortuna den Durchbruch zu schaffen. Ja, das, was ich von ihm gehört hab, also ich hab mehr von ihm gehört als gesehen, aber, ähm, er hat damals in der U19 hat er schon sehr gut gespielt, auch viele Tore gemacht und jetzt in der zweiten gespielt. Und, ja, dass ein Verein wie Besiktas Istanbul an ihm interessiert ist, zeigt ja eigentlich schon, dass das ein talentierter Spieler ist. Ja, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Aber ich hoffe, dass Fortuna mittlerweile so klug ist, dass sie sich dann da nicht nur eine Ablösesumme geholt hat, sondern irgendwie Premium, wenn der weiterverkauft wird. Ja, auf jeden Fall finde ich es schade, dass Fortuna halt mal wieder ein gutes Talent abgeben muss, ähm, das halt nicht den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat, weil er wahrscheinlich dafür noch zu jung ist. Dann kommen wir eigentlich auch direkt schon zu den Zugängen, ähm, so ein bisschen, ähm, um zum Beispiel Wintercup vorzugreifen. Äh, Jaroslav Drobny hat bei seinem Debüt im Wintercup, äh, ja nicht wirklich, ähm, ja, weiß ich nicht, was los, auf mehr gemacht, wenn man so möchte. Ja, der hat natürlich in, in seinem ersten Spiel für Fortuna nach drei Minuten direkt, direkt die traumhafte Vorlage für einen Gegner gespielt. Ja, aber ich denke mal, das war dann einfach die fehlende Spielpraxis, weil ich glaube, der hat auch schon länger nicht gespielt. Und ich glaube, der wird halt auch nur für die Bank sein, damit halt Tyson für die zweite spielen kann und nicht mehr auf der Bank sitzen muss, ähm, weil anscheinend der Funkel dem Tyson nicht so vertraut hat und Wolf ja anscheinend nicht fit genug ist für die Bank. Ist schon verständlich, aber meinetwegen hätte man auch einfach ein Talent. sage ich mal, auf die Bank setzen können. Dann hat man sich noch, äh, Markus Sutter, Linksverteidiger vom Brighton Hove ausgeliehen. Ähm, der kommt so ein bisschen als Ersatz für Diego Contento, der wahrscheinlich bis zum Ende der Saison nicht mehr richtig fit wird, sondern im ersten neuen Jahr oder in der neuen Saison dann wirklich das zeigen kann, was er drauf hat. Ein bisschen schade, dass er so jetzt lange verletzt war und dann wir jetzt auch noch einen Spieler ausleihen müssen, der ihn mehr oder weniger ersetzt. Oder meinst du, dass, ähm, Suttner jetzt auf jeden Fall die nächsten Spiele in Gießelmann da Konkurrenz gibt? Nee, ich glaub nicht. Gießelmann ist meiner, meines Erachtens zu gut und ich glaub, den hat Fortuna nur ausgeliehen, damit man halt einen Backup-Linksverteidiger hat, weil Contento halt noch verletzt ist. Also traut man Georgius Tsai, dass das nicht zu? Ja, ich würd mal behaupten, Funkel traut ihm's nicht zu und bei Funkel wissen wir ja, dass er eher auf die routinierten Spieler setzt, anstatt mal einem Talent die Möglichkeit zu geben. Sagen wir mal so, der Erfolg gibt ihm recht, auch wenn's jetzt, äh, meines Erachtens sehr schade ist. Ein weiterer Transfer, über den schon einiges abgelästert worden ist, weil das so bescheinigend ist für den ersten Lutz-Fansch-Transfer, ist Johannes Bühler, der war vorher vereinslos, hat vorher bei der TSG Offenheim gespielt, der, äh, den, äh, den Vertrag vor der Saison nicht verlängert und, ähm, links will weiter, jetzt haben wir ihn verpflichtet und ihn direkt in die dritte Liga an den Vfra geliehen. Ich hab da, ähm, einiges, ähm, Schechtes drüber gehört. Micha, ähm, ich hab mir ein paar YouTube-Videos von ihm angesehen und ein bisschen in den, äh, in die alte Scouting- Feed ab reingeguckt, ähm, also der hat schon geile Anlagen. Meinst du, der ist ein Spieler für uns für die Zukunft, 21 Jahre, ist auf jeden Fall die Überlegung wert? Ja, ich, für meines Erachtens ist es, das war ein Spieler, der ist umsonst, ähm, Lutz Pfannenstiel wird den halt noch aus Hoffenheim kennen und wissen, dass es keine komplette Null ist, ähm, er war ja auch U-Nationalspieler. Vfra Allen hätte den, glaub ich, so oder so verpflichtet, aber, ähm, Fortuna dachte sich, okay, wir kaufen den und leihen den dann an allen aus, weil, wenn er sich gut entwickelt, könnte er was für die erste Mannschaft werden, wenn nicht, spielt er halt in der zweiten, wenn er umsonst ist, macht das... Er kommt halt, er kommt halt ablösefrei, weil er keinen Vertrag hat, ne? Ja, genau, aber ich sag mal so, das, das ist halt ein Transfer, da kannst du nichts falsch machen, das ist jetzt, der wird jetzt keine Millionen verdienen und deswegen denke ich mir, wo dann viele so sich drüber lustig gemacht haben, ja, der erste Transfer von Lutz Pfannenstiel ist dann so einer, wo ich mir denke, ja, das ist doch genau das Richtige, genau so, was muss halt Fortuna machen, sich günstige Talente holen und wenn die sich entwickeln, gut und wenn nicht, dann hat man halt keine, man geht halt keine Gefahr ein, weil in der zweiten spielen wird er können, so, ob es dann für die erste reicht oder nicht, aber gut genug für die zweite wird er auf jeden Fall sein. So, er spielt halt jetzt auch nicht für die zweite, ähm, weil es halt das Angebot direkt aus Aalen gab, die sich, soweit ich das gehört habe, nicht das hundertprozentige Gehalt von ihm leisten können oder wollen. Ob uns das weiterhilft, werden wir dann sehen, wir könnten, wir werden auf jeden Fall in unserem, ähm, Sommerfazit, was noch ein bisschen Hennis darüber sprechen. Dann gehen wir mal in das, äh, Winter Trainingslager, da gab es dann zu Beginn eine 3-2-jährige Lage gegen den BVB im Test. Ja, man hat nicht ganz so gespielt wie in der Liga, das war schon ein sehr offener Schlagabtausch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es gesehen. Und dann hat man halt knapp gegen, ähm, FCM gewonnen, die spielen in der Eredivisi, ähm, auch gar nicht so schlecht. Da hat man schon ein bisschen mehr das gesehen, was man vielleicht in der Bundesliga auch, äh, gehen würde, weil der FCM, die haben sehr tief gestanden, sehr aggressiv gespielt, zwar ohne unfair und körperlich zu sein, aber die sind sehr hart draufgegangen und die wollten wirklich gegen Fortuna sich diese letzte Form der Spiele mit der Liga halt, ähm, dann den nächsten Sprung machen zu können. Leider haben sich so Vodka und Zimmer verletzt, ähm, bei Davo Lovren ist die, äh, alte Verletzung immer noch, ähm, da, der ist nicht so weit, ähm, Fitness, wie man das gerne hätte. Also wie bei Diego Contento ist das das Gleiche. Kann man eine gute Besserung wünschen. Jetzt, äh, gehen wir in den Wintercup. Äh, wir nennen es einfach Wintercup, ähm, gegen ein Spiel gegen FC Bayern München, ähm, schaltet man so unglücklich nach einem, äh, 0-0 im Elfmeterschießen aus. Dann gab Dropny sein Debüt, die haben wir eben schon mal angesprochen. Dux hat dann geil gespielt gegen Berlin mit, äh, zwei Toren, Barkung und Rahman waren auch sehr gut dabei. Rensing hat, glaube ich, im Wintercup eines seiner besseren Spiele gemacht. Ja, Rensing hat mal einen, einen hundertprozentigen gehalten und einen Elfmeter gehalten. Dafür, dass ich ihn so häufig kritisier, wollte ich auch mal was Lobendes sagen, weil das war sehr ordentlich von ihm. Und wenn er die Rückrunde so spielt, wie im Wintercup, dann werde ich auch weniger über ihn meckern. Mecker, mecker, mecker. Nicht mal im Kreis laufen. Michael, grundsätzlich ist, äh, über den Wintercup, findest du so eine Veranstaltung, findest du die besser als wenn man da jetzt, weiß ich nicht was, noch ein Testspiel oder zwei Testspiele in die Zeit noch reinschiebt? Ja, ich sag mal so, das Gute am Wintercup war halt, das war bei uns in der Arena. Wir hatten das Dach zu, das heißt, die Witterungsverhältnisse waren ganz ordentlich. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur ein Testspiel, nur dass man dann halt gegen Hertha und Bayern gespielt hat, statt jetzt gegen, ähm, gegen FCM dann. Ja, ich sag mal so, ins Stadion gehen dafür würde ich nicht, aber ich hab's mir im Fernsehen angeguckt. Wenn die anderen Mannschaften gespielt haben, da hab ich dann einfach Turn ausgemacht und irgendwas anderes gemacht. Aber die Fortuna-Spiele hab ich mir dann schon angeguckt. Auf jeden Fall. Äh, ein Spieler, über den wir, ähm, irgendwann nochmal gesünder sprechen, ist Udo Cobacchio. Der wurde übrigens auch Rookie of the Month December von den, äh, Kollegen der, äh, Bundesliga UK gewählt. Jetzt ist das nächste Thema so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das aufdröseln? Es gibt den Vertrag von Friedhelm Funkel. Die Frage ist natürlich, was ist passiert? Ist Friedhelm Funkel unschuldig? Ist Fanschi der neue Antichrist? Hat der Schäfer irgendwas eingebüßt? Kurz dazu mal von mir chronologisch erstmal die Fakten, bevor ich meine eigene Meinung dann dazu gebe. Es gab die Absprache zwischen dem Aufsichtsrat Robert Schäfer und Friedhelm Funkel, dass man sich im Trainingslager in, äh, Marabé heißt das, glaube ich, in Spalien sich zusammensetzt und, ähm, über den Vertrag spricht, den unterschreibt, wie auch immer. Also nach außen wurde nur kommuniziert, dass man über den Vertrag spricht. Dann war es anscheinend so, dass Friedhelm Funkel jetzt eine Entscheidung haben wollte. Verlängert ihr mit mir, ja oder nein und was unterschreiben wollte? Der Vertrag, der kursierte schon bei seinem, bei seinem Anwalt, bei seinem Berater, wie auch immer. So, jetzt wollte allerdings, ähm, unser Präsident Robert Schäfer erst nochmal warten wollen. Man wollte das mit dem, man hat das mit dem Aufsichtsrat abgesprochen, man wollte nochmal ein bisschen warten und das dann alles dicht festmachen, kurz in die Saison reingucken, wohin geht, wohin geht die Richtung, um dann zum Beispiel auch Friedhelm Funkel nicht noch irgendwie was aufzubürgen, was dann vielleicht für ihn zu viel sein würde, wenn er sich einmal committet hat. Friedhelm Funkel hat darauf reagiert, entweder jetzt oder gar nicht. Ähm, Schäfer konnte mit dieser harten rheinischen Art nicht umgehen und hat dann mehr oder weniger gesagt, ja, wenn du jetzt nicht willst, dann machen wir es halt nicht. Und am Ende gab es dann halt, äh, alles mögliche an Verschwörungstheorien, Behauptungen und Chaos. Micha, fass mal kurz das Chaos für uns zusammen. Ja, das war halt so dieses hin und her, dann, ja, erst hieß es, Friedhelm Funkel wird nächste Saison nicht mehr Trainer sein und dann hieß es, ja, okay, wir verhandeln doch nochmal. Das hatte so das Gefühl, so, er hat mit seiner Frau telefoniert, die hat ihm gesagt, Friedhelm, das sind junge Leute, lass die mal ein bisschen ruhe arbeiten, dann den Vertrag hast du doch schon unterschrieben zu Hause, mach mal, mach dir mal keine Gedanken, bleib mal auf dem Boden. So fühlte sich das für mich an, so eine alte, eingesessene Mom, dem das Ganze jetzt nicht schnell genug ging. Ähm, ja, und für mich ist halt in der ganzen Debatte darum, wird mir auch Funkel da ein bisschen zu viel rausgenommen, weil er hätte einfach sagen können, okay, dann unterschreibe ich, dann gucken wir halt erst in einem Monat oder in zwei, aber dafür war er sich halt, sag ich mal, zu fein, auch wenn das jetzt hart klebt, aber er hat dann gesagt, ja, okay, wir wollten im Trainingslager verhandeln, wenn ihr mir jetzt keinen Vertrag gibt, dann sag ich nö. Ja, genau so war das, ja. Ja, und dass er dann halt so ein bisschen bockig wurde, sag ich mal. Das sind halt alte Männer. Ja. Mir wird halt zu viel auf Pfannenstiel und Schäfer rumgehackt und es ist natürlich verständlich, dass Funkel dann sagt, so, ja, okay, wenn ihr mir so kommt, wenn ihr mir nicht vertraut, dann hab ich da keinen Bock drauf, dann kommen so Sturköpfe aufeinander und dann so, nee, und dann nee, und dann sagen alle nee und dann muss erst mal der Papa kommen, weißt du, mit dem Aufsichtsrat und dann sagen, ey, Leute, setzt euch, setzt euch einfach nochmal in Ruhe zusammen und redet nochmal in Ruhe drüber und dann ist die Sache auch gut und so ist es jetzt auch passiert und das war so. Wie heißt der Film mit George Clooney, den vier Ziegen? Ich kenne keinen Film mit Grey's Anatomy. Das Problem war, so wie ich das verstanden habe, einfach, dass Friedhelm Funkel jetzt eine Entscheidung wollte, Robert Schäfer, die aber jetzt noch nicht geben konnte oder wollte, weil er halt andere Versprechungen gemacht hat mit dem Aufsichtsrat, mit Lutz Pfannstiel und Friedhelm Funkel hat gesagt hat, entweder jetzt oder gar nicht. Ja, ich sag mal, so wie ich es verstanden habe, war, Schäfer hat mit dem Aufsichtsrat ausgemacht, wir sagen Friedhelm Funkel, wir machen, wir sprechen erst in ein, zwei Monaten über den Vertrag. Funkel hat gesagt, entweder jetzt oder gar nicht und Schäfer dachte sich, ich habe mit dem Aufsichtsrat aufgeklärt, erst in zwei Monaten, also Ende. Ja. So, und das war ja auch das, was der Schäfer dann auch in Interviews gesagt hat, von wegen, man hätte für Funkel auch mal ein bisschen abweichen können, weil seine Vorgabe war ja, verlänger erst in zwei Monaten und dann war, das war dann, ja, und dann, das war dann so dieses Fingerspitzengefühl, was man halt einsetzt. Was man halt nicht, was man halt irgendwie nicht hatte, was aber auch irgendwie verständlich ist, wer schon mal mit Robert Schäfer gesprochen hat, weiß, dass der seine Vision hat und auch, ja, etwas komplizierter ist falsch, aber da haben halt zwei Dickköpfe aufeinander drauf, drauf gekloppt gleichzeitig. Haben wir mit Friedhelm Funkel, der diese stureränische Art hat und dann mit Robert Schäfer, der vom Gefühl her dieser konservative Bayer doch ist. So, jetzt gibt es natürlich die schöne Verschwörungstheorie, die irgendwie in verschiedenen Fortuna-Foren und Facebook-Gruppen rumkassierte. Micha, führen Sie nochmal kurz rein in diese Verschwörungstheorie? Ja, diese Verschwörungstheorie ist halt, dass Schäfer beinahe, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen von der Agentur wieder vergessen, auf jeden Fall Schäfer und Funstil sind in dieser Agentur angeblich, ich habe es nicht nachgeguckt und der Trainer, der auch in Gesprächen war, dass er zu Fortuna kommt, dieser Chakir oder so wie der hieß, der ist auch in der Agentur und der Betreiber der Agentur ist halt angeblich ein Freund von Robert Schäfer oder laut der Verschwörungstheorie will die Agentur über Robert Schäfer halt Friedhelm Funkel loswerden, weil er die Spieler nicht haben will, die in der Agentur sind und man die Spieler aus der Agentur pushen will und das ist dann so, wo ich mir denke, dass man Beziehungen hat im Fußballbusiness, ist ja klar und dass da niemand einem die Pistole auf die Brust setzen will und unbedingt um jeden Preis seine Spieler verkaufen will. Auf jeden Fall fand ich diese Theorie, ich fand sie interessant, muss ich ehrlich zugeben, aber trotzdem auch komplett unsinnig, weil es halt, wie soll ich sagen, das ist so, es ist normal, dass man Beziehungen im Fußball hat und man zum Beispiel Wolf Werner, der hat ja auch sehr gerne Spieler von Werder Bremen verpflichtet, weil er halt die Kontakte nach Werder Bremen hatte. Es gibt ja tatsächlich diese Beraterklubs in Europa und weltweit, die gibt es tatsächlich. Wir haben da so ein bisschen recherchiert, wir haben da nicht wirklich einen Zusammenhang gefunden, außer dass die Akteure der Sportmanagement, Blablabla Agentur, Lutz Pfannstiel und Robert Schäfer in acht bei 1860, bei Hoffenheim und bei einer Saison sind die sich schon mal begegnet, aber ich denke, dass das im Fußballbusiness nichts Außergewöhnliches ist, dass man sich begegnet. Ich kenne es halt noch so, dass die Trainer in Absprache mit den Teams und den Clubs, wenn es halt um die neue Saison geht, halt einen wirklichen Katalog mit Spielern bekommen. So, das sind die, die für uns interessant sind, da können wir den Berater korrigieren, kontaktieren, die haben wir gescoutet, guckt hier mal durch, welche Spieler du interessant findest und dann gehen wir den nächsten Schritt und dass da durchaus einer von der Berateragentur bei war, kann ich mir durchaus vorstellen, aber so wirklich der Knaller unter, sag ich mal unter zwei Millionen haben die jetzt auch nicht gehabt. Micha, jetzt wo wir die Verschwörungstheorie so ein bisschen erläutert haben und ergründet haben, wir haben noch vom Konstantin, den Text hast du ein bisschen was gekürzt, noch einen Kommentar zu der Verschwörungstheorie. Wir haben halt diese Verschwörungstheorie in unsere Mega von 95 Gruppe auf Facebook gepostet und der Kommentar von Konstantin, den habe ich ein bisschen gekürzt, aber eben seine Kernaussage war halt, für mich können das Fakten oder Behauptungen sein. In jedem Sport und jedem Geschäft leben Menschen voneinander und auch aufgrund von Beziehungen, es ist im Profigeschäft nicht anders. Überhaupt wird durch das Internet und solche unkenntlich zentrierten Statements eine Diskussionskultur geboren und gefördert, die ich nicht gut finde. Echte Aufregung, falsche Aufregung, Hektik, Panik, Hetze. Ich werde mich deswegen daran nicht beteiligen. Ich sag mal so, bis auf diesen letzten Satz, ich werde mich daran nicht beteiligen, ist es ja eigentlich auch genau meine Meinung, aber ich fand's halt wirklich interessant und wollte darüber halt einfach diskutieren. Deswegen haben wir es in die Gruppe gepostet. Wir haben das auch, ich habe das in anderen Facebook-Gruppen gesehen, da wurde es als Fakt gepostet. Wir haben, es sagst du, du hast es gepostet und du hast noch einen kleinen Text dazu geschrieben, wo du das Ganze auch ein bisschen hinterfragst. Ist es jetzt, ist es jetzt nur eine Verschwörungstheorie? Sind das Fakten? Wie können wir das einordnen? Und da kommt dieser Beitrag dann nachher. Vielen Dank für deine Beteiligung. Ich hoffe, die Leute nehmen es uns nicht böse, dass wir diese Verschwörungstheorie geteilt haben, aber... Ja, aber ich denke, du hast das mit... Dein Text war so, dass wir deine Diskussion anregen wollten, dass wir halt keine Fakten einfach reinklatschen, sondern wir wollen halt eine Diskussion da anregen. Wenn ihr da Meinungen habt, Input zu habt, gerne bei uns in die Kommentare oder halt bei unserer Megafon95-Gruppe unter die aktuelle Folge einfach schreiben. Wir schreiben dann auch schon den ersten Spieltag der Hinrunde, wenn du so willst. Schon nach über 20 Minuten. Aber es war halt viel los. Es war halt viel los und wir mussten auch ein paar Dinge einfach von unserer Seele quatschen. Wir haben 2-1 gewonnen gegen den FC Augsburg, die gefühlt den dreimal teureren Kader haben als wir. Was eigentlich traurig ist, wenn Augsburg einen dreifach teureren Kader hat, aber andere Geschichte. Ich glaube, wir sind bei irgendwie 46 Millionen, die haben irgendwie 123. Ist auch scheißegal. Wir haben im Vier-Vier-Zweck gestartet, obwohl das nicht ganz stimmt. Es war taktisch mehr ein 4-1-4-1. Man hat sich eher neutralisiert im 4-4-2. Sprechen wir über den Pfostenklatscher für Augsburg in der 13. Minute, wo es schon mir eben, als wir das Spiel geguckt haben, wirklich zum dritten Mal diese Saison, so ein bisschen gezittert hat. Michael, ich war echt aufgeregt, dass Fortuna da schon 1-0 in Rückstand geht, weil Augsburg war die ersten 15-20 Minuten echt dominant. Ja, Augsburg hatte in den ersten, ich würde sogar sagen, die erste halbe Stunde das Spiel eigentlich komplett im Griff. Fortuna kam kaum aus der Hälfte raus, aber Fortuna stand halt gut und hat dann bis auf den Pfostenschuss nichts zugelassen. Und das ist dann halt das Glück, was du auch mal brauchst, dass so ein Schuss halt mal an Pfosten geht und nicht reingeht. Und das sind dann so Sachen, in der Hinrunde oder Anfang der Hinrunde waren das dann halt noch so Dinger, die sind dann halt reingegangen. Und dann ist man früh, also mit dem ersten Torschuss vom Gegner, sage ich mal, direkt in Rückstand geraten und wusste dann gar nicht und musste an dem Ergebnis hinterherlaufen. Ich sag mal so, als der Ball gegen Pfosten gegangen ist, dachte ich mir so, okay, das wird ein gutes Spiel, weil die Gegner nicht die erste Chance direkt reinmacht. Da gebe ich dir genau recht. Und wir haben halt dann angefangen, irgendwie Fußball zu spielen. Wir wurden abgeklärter. Augsburg konnte dann natürlich irgendwann nicht mehr dieses Tempo über die kompletten 45 Minuten gehen. Aggressives Pressing, aggressive Zweikämpfe, starkes Anlaufen, Druck. Das konnten die nicht durchhalten. Und wir machen dann halt in der Phase, nachdem wir ein bisschen das Spiel kontrolliert haben, dominiert haben. Dann auch das 1-0. Fortuna kann halt dann nach einem Abschlag von Renzing den Ball behaupten. Lucke Bakio kriegt den Ball auf den auf dem rechten Flügel und der macht eine super Flanke. Und Luc schäbt schon zehnmal die Hand, spiel mich an, spiel mich an, spiel mich an. Die kommt auf den Kopf und der macht ihn dann gegen die Laufrichtung scheinbar ohne viel Mühe einfach rein. Ja, das war halt ein schöner Angriff von Fortuna. Und wenn man dann Dux, sage ich mal, zwei Meter Platz lässt und dann die Flanke auf den Kopf kommt, dann macht er die Dinge auch. Die hat er, so Möglichkeiten hat er halt in der Hinrunde nicht. Die, jetzt hat er halt, sage ich mal, das erste Mal, wo er so eine Möglichkeit hatte und dann macht er jetzt natürlich direkt. Und da hat er seine Qualitäten auch gezeigt. Und wie du schon sagtest, als der Pass dann nach außen zu Lucke Bakio kam und der den Ball angenommen hat, in dem Moment hat Dux die Hände schon gehoben, weil der komplett frei war. Und obwohl er so viel, sage ich mal, gewunken hat, dass er da so frei ist, hat der Verteidiger gedacht, ach, ich gehe lieber die zwei Meter nach vorne, um den, um den, ich glaube, das war Stöger zu decken. Obwohl da zwei Leute bei Stöger standen. Und dann war Dux hinten komplett frei und nickt den Ball aus eigentlich doch relativ spitzen Winkel ein. Der Verteidiger heißt Danso. Der hatte auch später beim 2-1 durch Rahman auch nicht, auch nicht seinen besten Tag dazu später. Aber der orientierte sich einfach falsch in den Momenten, in dem er nach hinten guckte, dann nach vorne guckte, wo er war, war die Flanke schon beim Dux und dann passierte nicht mehr. Fortuna kam aus der Kabine stark und man holte sich dementsprechend die nächsten, ich sag mal, 15, 20 Minuten auf jeden Fall die Führung heraus. Also man machte es verdient. Dann gab es halt ein unglückliches Foul nach einer Ecke, die es hätte nicht geben dürfen vom Usami. Jonathan Schmid macht dann einfach einen, ich will nicht sagen Weltklasse Freistoß, aber irgendwie wirkt Fortuna da unsortiert und der macht halt dann durch das Freistoß das 1-0. Rensing kommt noch irgendwie dran, leider hinter der Linie scheiße gelaufen. Ja, ich sag mal so, der Freistoß war nicht Weltklasse, aber gut genug für Rensing. Ja, Rensing hält den Ball dann noch, wo ich mich gefeiert habe, dass Rensing so einen Ball hält und der Schiri zeigt dann auf einen Punkt auf den Mittelkreis und sagt ja Tor und ich dachte mir so, was, wie der war drin und dann sieht. Ja, genau und also im Live-Bild dachtest du dir so, wie der war drin und dann siehst die Wiederholung und siehst, dass der Ball einfach ein Meter hinter der Linie war und dann denkst du dir, okay, der war natürlich drin. Aber so im Live-Bild dachte ich mir auch so, wie der war drin. Aber ja, im Nachhinein so, ja, natürlich war der drin und erstaunlicherweise hat Fortuna ja nach dem Gegentor nochmal aufgedreht, anstatt dass Fortuna sich dann, sag ich mal, zurückzieht und hofft, dass sie das 1-1 über die Zeit bringt. Dachte sich Fortuna, ach, wenn wir ein Gegentor kassiert haben, dann können wir auch easy noch eins machen und wir gehen auf Offensive und hat dann Augsburg hinten reingedrängt. Friedhelm Funkel wechselte sehr offensiv, er brachte Raman für Usami, Barkok für Luka Bakio, obwohl Barkok auf dem Flügel immer sehr die Mitte sucht. Der ist halt kein klassischer Flügelspieler, der ist halt eigentlich eher, kommt ja aus dem offensiven Mittelfeld, aus der hängenden Spitze und versucht immer in diese Lücke zu gehen und dann kam halt auch noch Hellings für Karaman, sondern er wechselte offensiv, er brachte nicht wie in der Hinrunde dann einen Bormut oder einen Fink, der defensiv absichert, sondern er brachte halt wirklich 1-1 offensive Spieler für offensive Spieler. Und Fortuna machte dann halt auch Druck und durch diesen Druck, durch gefährliche Konter, die dann passierten, fiel auch das 2-1. Jetzt macht Raman das 2-1 Morales mit einem starken Grätsche, der hebt sich dann hoch und schiebt den langen Pass auf Raman, der kann ihn geil kontrollieren, der ist punktgenau und dann schiebt er den einfach am Nobel Nübel, wie auch immer der Keeper heißt, vorbei. Dübel ist der von Schalke. Auf jeden Fall, der Junge, der kann da nichts für, wird ausgespielt von Hoffenheim als Stammkeeper und dann kriegt er direkt die Fresse voll, 2-1. Super Tor vom Raman, der war am Ende sehr humbled im Interview und hat dann gesagt so, ja, wichtig war nur der Sieg für das Team und meine Morale hebt das natürlich auch, dass ich das Tor gemacht habe, ich hoffe, ich kann noch mehr Tore schießen, bla bla bla. Wir saßen hier auf der Couch in der 90. Minute, als das Tor fiel und ich finde, ich sage, wir sind ausgerastet, aber wir haben uns doch krass darauf gefreut, dass Fortuna nach so einer Leistung dann am Ende doch noch das Spiel gewinnt. Ja, das sind halt so Sachen, die in der Hinrunde halt nicht so waren, dass man dann das Glück hat, dass der Gegner nur den Pfosten trifft und dass man dann, sage ich mal, aus seinen wenigen Chancen die Tore macht. Irgendwie gibt mir das Hoffnung, dass es dann wirklich für einen Klassenerhalt reichen könnte. Ja, was du noch über den Barkok gesagt hast, der hat mir richtig gut gefallen, als er reinkam. Der hat mir im Wintercup schon richtig gut gefallen. Ich fand halt schade, dass er so viel verletzt war, aber der ist dann natürlich nicht, sage ich mal, die Außenlinie lang gelaufen, sondern ist dann schön, wenn er den Ball hatte, hat er schön in die Mitte gezogen, hat dann aber meistens auch dann die Räume freigemacht und hat dann gute Pässe gespielt. Ich glaube, Barkok ist auf jeden Fall einer, der Fortuna noch eine Menge Freude machen wird. Wenn er spielt. Wenn er fit bleibt, wird er auch spielen. Meinst du, der Funk hat keine Chance? Weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn Luke Bakio nächste Saison weg ist, dann Barkok so als Flügelspieler, halboffensiver Mittelfeldspieler, dass er dann so diese abkippenden Flügelspieler macht. Ja, ich mag die Spielweise von Barkok und wie gesagt, ich hoffe oder ich erwarte, dass da jetzt in Zukunft mehr von ihm kommt und dass er dann sich auch als, vielleicht nicht als Stammspieler, aber als regelmäßiger Kontrahent in der Startelf wiederfindet. Von so einem Spiels für mich ist auf jeden Fall Alvaro Morales. Einfach nur, weil ich schon in der Hinrunde fand, dass er geil gespielt hat und irgendwie nach der kleinen Verletzung, die er hatte, nicht wirklich wieder Anschluss fand. Aber er hat wieder geil gespielt, er hat gut die Zweikämpfe gewonnen, er hat Bälle antizipiert, er hat den Ball gut nach vorne getragen, er hat ein, zwei gute Pässe gespielt, natürlich dann den siegreichen Pass dann auf Rahman am Ende, der wirklich punktgenau war. Wir haben ja im Winter noch darüber gesprochen, ob er nicht vielleicht in die USA wechselt, die Gerüchte gab es tatsächlich und die Anfrage auch. Er hat gezeigt, warum es wert ist, dass man gesagt hat, komm, Jürgen, bleib bitte hier. Ja, alleine für diese Aktion, wo er den Gegner abgrätscht, sich aufrappelt und dann den Passpunkt genau auf Rahman spielt und Rahman dann das Tor macht, allein für diese Aktion ist er für mich Fortuno des Spiels. Ich habe in der Winterpause noch gesagt, ja, wenn er will, kann er ruhig wechseln, dann kriegen wir Kohle für den, weil der Rest ist eigentlich ganz ordentlich, aber wenn man ihn dann doch spielen sieht, dann denkt man sich doch, eigentlich ist er schon ein ordentlicher Spieler und eigentlich wäre es dann doch schade, wenn er Fortuna verlässt. Er ist halt meiner Meinung nach auch einer unserer Besseren, also wenn ich sogar nach Fing vielleicht der beste Mittelfeldspieler, der ist der Teil, den wir haben, aber irgendwie meine Meinung ist oder mein Verdacht ist, Funkel weiß nicht genau mit ihm umzugehen. Bocek kippt aus dem Mittelfeld sehr tief, Stöger kippt sehr weit nach vorne ab, Fink kippt auch sehr weit nach vorne ab und Sobotka, der kippt auch immer sehr weit nach hinten ab, nicht so ganz so weit wie Bocek in die Innenverteidigung, aber auch so weit. Und Morales pendelt halt nach hinten, wenn es die Defensive braucht, dass dann die Außenverteidiger nach außen können, das Spiel breit machen, praktisch eine Fünferkette oder eine Dreierkette nach vorne schieben können, dass die Außen, die Mittelfeldspieler der Außenseite praktisch auf sich ziehen, sodass die Flügelspieler mehr Platz haben, vorne anzugreifen, deren Defensive sich vielleicht nach hinten fallen lassen muss, damit die Viererkette von denen auch breiter wird. Der Morales kann aber auch, das ist was der Stöger macht, so und der Morales macht das halt nicht abhängig davon, das ist jetzt meine Rolle im Spiel, sondern wenn die Offensive braucht, dass ich nach vorne gehe, gehe ich nach vorne. Wenn die Defensive braucht, dass ich nach hinten gehe, gehe ich in die Defensive. Also er pendelt wirklich konstant und damit kann Friedhelm Funkel meiner Meinung nach nicht umgehen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr ins Detail gegangen, denn wir wollen ja noch so ein paar, ja, Preise vergeben. Einmal der Folter für die Woche, einmal für mich tatsächlich, dass man es doch geschafft hat, die Vertragssituation mit Friedhelm Funkel irgendwie zu lösen. Das war irgendwie, keine Ahnung, es fühlte sich echt an wie, ach Leute, wie so ein Kindergartenstreit. Bei meiner Tochter fühlte sich das echt so an, ach Leute, das sind Kinder, komm, lass uns doch mal sprechen, dann geht das schon wieder. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch mein Fail, dass man irgendwie auf allen Seiten irgendwie einfach zu stur war. Ihr könnt ja einfach mal uns wissen lassen, was ihr davon haltet. Michael, ich weiß, dass du den Volltreffer und unseren ausgewechselt Award gerne zwei unterschiedlichen Personen geben wollen würdest. Mein Volltreffer geht außerhalb von Fortuna, Jakub Blasikowski, also Kuba, viele kennen ihn von Dortmund. Der ist jetzt, sag ich mal, nach Wieswak-Krakau gewechselt und hat, sag ich mal, dem Verein bezahlt, dass er spielen darf und spielt jetzt auch ohne Gehalt, einfach nur, weil Wieswak-Krakau kurz vor der Insolvenz ist und es halt sein Jugendverein ist und er will jetzt seinem Verein was zurückzahlen, indem er 300.000 bis 400.000 Euro dem Verein gespendet hat und ohne Gehalt für die jetzt spielt, in der Hoffnung, dass die dann die Lizenz kriegen und nicht in die dritte Liga absteigen müssen und ich sag mal so, hat jetzt nichts mit Fortuna zu tun, aber ist schon lobenswert, so eine Aktion zu bringen und deswegen wollte ich es halt erwähnen und ja, mein ausgewechselt geht halt an die Leute, die wegen dem Stress, was jetzt mit Funkel war, wegen der Vertragsverlängerung und ich, die dann jetzt komplett ausgerastet sind, wo ich mir auch dachte, Leute, beruhigt euch da alle. Also, dass teilweise Leute sich noch kindischer verhalten oder noch schlimmer verhalten haben, als jetzt Funkel und Schäfer, sag ich mal, in den Vertragsverhalten und dann, dass es dann wirklich Leute gab, die dann voll stolz auf Facebook und Twitter präsentiert haben, dass sie jetzt ihre Mitgliedschaft gekündigt haben, wo ich mir denke so, ja, das ist ganz cool von dir, dass du die Mitgliedschaft kündigst. Das ist so, weißt du, du bist zu Hause und deine Frau, sag ich mal, wirft deine Lieblingsschuhe weg und du dann einfach direkt die Scheidung anreichst, anstatt dann mit der Frau zu reden und dann sagen, ja, okay, dann kauf ich mir die Schuhe halt nochmal oder weiß nicht und du, weißt du, die wirft deine Lieblingsschuhe weg, weil die schon seit Jahren in der Ecke stehen und keiner die anzieht und die eh schon ein bisschen dreckig sind und nee, ich mache die Scheidung und alles ist Ende und ich hasse euch alle, so. Und anstatt dann einfach mal drüber zu reden und, weißt du, genau das Gleiche war das mit dem Funk und dann diese komplette, sag ich mal, dieses komplette Übertreiben und dann direkt irgendwelche Petitionen starten und Mitgliedschaften kündigen und ich denke mir so, oh, beruhigt, das ist nur, es ist ein guter Trainer, aber es ist nur ein Trainer und mir ist dann, ich sag mal so, für mich ist es dann egal, wer jetzt Trainer von Fortuna ist, ich behalte meine Mitgliedschaft, solange da jetzt nicht, sag ich mal, irgendein Energydrink-Konzern einsteigt oder irgendein Rechtsradikaler oder irgendeiner, der kinderschändigt als Vorstand reinkommt, werde ich meine Mitgliedschaft nicht kündigen und dann so, oh nee, der Trainer wird nicht verlängert, ich kündige erstmal meine Mitgliedschaft und gebe damit auch noch an, dass man so ein Trottel ist. Und nachdem du eben schon ein paar Aspekte von Raba Leipzig genannt hast, werden sich natürlich wieder einige Fans aufregen, dass das Logo nicht gezeigt wird im nächsten Spiel gegen die, das ist bei uns zu Hause und wir haben 1-1 gespielt gegen die und die haben halt Gulaschi im Tor und der ist halt diese Saison wirklich großartig. Das Ding im Hinspiel gegen Duxch, ne, als der den Ball in den Winkel fliegt raus, hätte der das Ding nicht gehalten, hätte Duxch in der Hinrunde 25 Tore gemacht, nicht Spaß. Ja, aber es ist halt leicht übertrieben. Ja, aber er hat halt eine geile Form und wir haben sowieso Probleme mit gegnerischen Torleuten. Jetzt, dein Tipp ist ein 2-2, ich hoffe natürlich, dass wir zu Hause gegen Raba gewinnen können und ich denke mal, dass das ein 1-0 für uns wird, weil die haben tatsächlich Probleme eher defensiv als offensiv, also eher Probleme defensiv und so wie wir defensiv halt stehen, denke ich halt, dass da für die nicht viel drin ist, weil die kommen übers Tempo, über die Außen und wollen dann in die Mitte und da ist halt bei uns der Raum sehr, sehr eng. Jetzt möchtest du halt noch den Unterschied erklären zwischen Leipzig und Leverkusen oder lassen wir es weg. Leverkusen ist eine Bergself vom Werk der Firma, dessen Namen ich nicht nenne und deswegen ist es was anderes, wenn sich eine Firma in einem Land, aus dem die nicht kommen, aus einer Stadt, wo die nicht hingehören, sich eine Mannschaft kauft, ist es was anderes. Ich sag mal so, wenn jetzt Henkel eine eigene Fußballmannschaft in Düsseldorf aufmachen würde und die dann irgendwann so gut spielen, dass die in der 1. Liga spielen, dann wäre mir das scheißegal, aber wenn jetzt ein Energydrink-Konzern Fortuna Düsseldorf übernimmt, ist es was komplett anderes und genau das ist der Punkt, den Leute nicht verstehen, warum Leipzig scheiße ist und Leverkusen auch scheiße. Ja, aber ich sag mal so, dass Leverkusen ist halt kacke, aber es ist trotzdem ein anderer Wert an Marketing, sag ich mal und weil halt oft immer kommt, ja, bei Leverkusen darf das mit dem Logo und Leverkusen darf das und das ist halt was anderes und das wollte ich nochmal klarstellen. Ja, eure Meinung zu den Themen und gerne Feedback in unserer 25-Facebook-Gruppe, YouTube in die Kommentare oder auch gerne in die 5-Stelle, die es auf iTunes einbringen, die hilft uns wie gesagt super, super sehr. Links dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, in den Shownotes, wie auch immer. So, jetzt gab es natürlich über die Woche nochmal irgendwas, was nicht mit Fortuna zu tun hat, aber es hat mit Frank Ribéry und alten Menschen zu tun. Erklär uns doch mal das Gold Steak Gate. Ja, es ist, ja, zum Auslaufen, zum Ende der Folge nochmal abseits des Platzes, Ribéry hat irgendwie ein Gold Steak gegessen, das mehr kostet als ein Einfamilienhaus. So viel ganz viele andere. Und ja, und ich war halt mit meiner Freundin bei Holiday on Ice, egal, auf jeden Fall hinter uns saß halt ein älteres Ehepaar, auf jeden Fall 60, vielleicht ein bisschen älter und die haben dann die ganze Zeit, bevor es halt losging, darüber diskutiert, was Frank Ribéry für ein Arschloch ist, der verdient ja so viel Geld und der isst sein scheiß Gold Steak und er könnte das Geld ja an die armen Menschen spenden und hier und da und Fußballer sind eh alle Spasten und ich denke mir so, ihr alten Menschen sitzt gerade bei Holiday on Ice, gibt 35 bis, keine Ahnung wie viele Euro aus für eure fucking Tickets, ihr hättet auch einfach mal eure 35 Euro irgendjemandem spenden können und das ist genau das gleiche. So und dann meckert man darüber, ja die anderen, die spenden nix, aber man selber spendet halt auch nix. Wenn ihr spenden wollt, nehmt mir dann ein Projektmeckrofon, podcast.chimp.com. Aber das ist dann so dieses, wenn jemand bereit ist, dem das Geld zu geben, weil er halt anscheinend den Wert hat, weil sonst wird ihm keiner das Geld geben und wenn er dann ein fucking Gold Steak essen will, dann ist er das halt, für die Leute war das halt, die Leute gehen doch auch ins Theater oder jetzt in meinem Beispiel zu Holiday on Ice und könnten das Geld auch spenden und der Ribéry könnte natürlich auch statt seinem Gold Steak das Geld spenden, aber das ist ja einfach nur hoch skaliert, weil die alten Menschen haben halt auch nix gespendet und das war so, ich war wirklich kurz davor zu pöbeln, aber das war natürlich ne, ne seriöse Veranstaltung und da war ich, da musste ich mich ja benehmen, weil meine Freundin war dabei, ja deswegen musste ich mich benehmen, hab mich zusammengerissen und hab die Leute da jetzt nicht angepöbelt, was das für dumme Menschen sind, dass die über anderen meckern, aber selbst nix spenden und sich tolle Konzert- oder Auftrittskarten leisten, aber das Geld hätte man ja auch spenden können und das ist nix anderes, nur halt hoch skaliert bzw. sonst skaliert und ich wollte mich nur mal drüber aufregen, dass mich sowas aufregt, dass man immer sagt, ja, ja, die Fußballer, die verdienen alle so viel Geld und was machen die, die spielen ja, die spielen jeden fucking Tag Fußball, ernähren sich gesund, weißt du, die opfern viel und die arbeiten auch jeden Tag, die spielen zwar Fußball, aber es ist trotzdem Arbeit, andere Leute haben auch Arbeit, die ihnen Spaß macht, diese, dass man den Leuten halt nix gönnt, dass diese Neidkultur, dass man Leuten, die halt Geld verdienen für das, was sie machen, dass man denen das nicht gönnt und die dann auch nochmal anmerkert, ja, die spenden nix, aber selber auch nix spenden und selber hätte man ja auch statt den 35 Euro Eintrittskarten das Geld an irgendwelche Leute spenden können und wir hatten vor einigen Wochen den Hashtag Matheta der Täter, ich hatte gerne diese Woche den Hashtag Michael der Täter, nach diesem Rent hat er ja sämtlichste alte Leute, die noch heute mit Eis gehen, um sich zu amüsieren, umgebracht, ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Mega95, der Fortuna Fancast, mit mir, dem Mo, dem Wampendribbel auf Twitter, dem Michael, den Ed Shevansky, 8 auf Twitter und, ja, was bleibt uns noch zu sagen, Michael? Auf Wiedersehen, ihr Hübschen! Und bis zum nächsten Mal! Katschau! Katschau! Kawabanga! Kawabanga! Jetzt wird es ganz schlecht! Jetzt wird es lächerlich! Ciao! ! Musik Kats하겠습니다! Musik 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 Musik